So magst du den einfachsten Kuchen der Welt, für den du nicht einmal eine Waage brauchst. Nimm 9 Löffel Mehl, 9 Löffel Zucker, 9 Löffel Öl, 9 Löffel Milch, 9 Löffel Kakao, 2 Eier und eine Packung Backpulver. Mixe die Zutaten und fülle den Teig in eine Backform. Backe den Kuchen 35 Minuten bei 180 Grad.